Ein Werksteiger klettert in 8 Stunden von 1290 Meter auf 3798 Meter Höhe. Wie groß sind seine Arbeit und seine Leistung, wenn er 700 Newton wiegt? Hier die Angaben. Die Zeit t beträgt 8 Stunden, das heißt 8 mal 3600 Sekunden, also 28800 Sekunden. Die Höhe H beträgt 3798 Meter minus 1290 Meter, also 2508 Meter. Die Kraft F beträgt 700 Newton. Wir suchen die verrichtete Arbeit W, die wir in Joule ausdrücken, sowie die Leistung P des Bergsteigers, Leistung, die wir in Watt ausdrücken. Um die Arbeit herauszufinden, wenden wir die Formel Arbeit gleich Kraft mal Weg an, also hier W gleich F mal H. Die Kraft F, das sind diese 700 Newton und die Höhe H beträgt 2508 Meter. Und somit finden wir als verrichtete Arbeit 1.755.600 Joule. Um die Leistung herauszufinden, nutzen wir diese Formel, Leistung gleich Arbeit geteilt durch Zeit. Also ersetzen wir W, die Arbeit durch 1.755.600 Joule und die Zeit t durch 28.800 Joule. Und somit finden wir als Leistung des Bergsteigers ungefähr 60,96 Watt. Und somit